Willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es alles um das Thema Traffic. Als allererstes möchte ich dir die Best-of-Traffic-Strategie von Sven Meissner vorstellen. Dann schauen wir uns einmal das Thema Dream 100 an für deine Zielgruppe. Und dann soll es noch ein bisschen um das Thema Zielgruppenrecherche gehen, weil das ist extrem wichtig, bevor du mit Traffic anfängst. So, als allererstes möchte ich dir die Best-of-Traffic-Strategie von Sven Meissner vorstellen. Und zwar hast du hier die Möglichkeit, für nur 5 Euro an richtig vielen Expertenbeiträgen teilzunehmen. Also, ich zeige dir das einmal ganz kurz. Auf meiner Webseite habe ich auch einen kompletten Artikel dazu erstellt. Da kannst du dir das auch nochmal alles durchlesen. Du bekommst auch einen Bonusinhalt von mir. Wenn du hier ja Best-of-Traffic-Strategie plus Bonussichern klickst, kommst du direkt auf die Verkaufsseite. Und für nur 1 Euro kannst du dir Zugriff auf alle Expertenbeiträge sichern. Und zwar, das ist ein richtig, richtig cooler Blog. Also, es gibt dann quasi einen Mitgliederbereich. Kannst du hier sehen, es ist halt ein gesperrter Mitgliederbereich, in dem du aber nach der Freischaltung Zugriff auf alle Beiträge hast. Also, du siehst ja hier, wie viele Themen es gibt. Und da kannst du dann jeweils draufklicken und dir dann die Artikel anschauen und die Videos dazu. Weil das sind richtig umfangreiche Anleitungen und Beiträge. Wir können ja mal so ein paar Sachen durchgehen. Also, hier hast du dann zum Beispiel auch zum Thema YouTube über eine Stunde, 51 Minuten, komplette YouTube-Masterclass zum Beispiel mit drin. Storytelling, Conversion-starke Videos erstellen, wie man Call-to-Action erstellt, wie man eine perfekte Bio erstellt. Also, da sind richtig krass viele Inhalte drin. Also, das kann ich dir nur sehr empfehlen, wenn du dich mit dem Thema Traffic weiter auseinandersetzen möchtest. Oder zum Beispiel Thema Liedmagnet. Viele, die jetzt, die noch anfangen und noch nicht wissen, was ein Liedmagnet ist, werde ich auch gleich nochmal ein bisschen weiter darauf eingehen, haben hier die Möglichkeit, ganz viele Videos zum Thema Liedmagnet und zum Beispiel auch den 5-Punkten-Liedmagneten plant. Den fand ich auch ziemlich gut. Wo einfach richtig viel Wissen dabei ist. Also, das ist wirklich ein richtig krasses Angebot. Das kann ich dir nur empfehlen. Also, das kannst du für nur 1 Euro, kannst du sichern. Das ist auch ohne Abo tatsächlich. Einfach, erster Link in der Videobeschreibung mal auschecken. Du bekommst von mir auch noch tolle Bonusinhalte dazu. Der Link zu meinem Artikel, den findest du auch in der Videobeschreibung und da einfach gerne mal vorbeischauen. Schauen wir erstmal weiter. Ich zeige dir nämlich auch nochmal eine Traffic-Strategie. Und zwar, bevor du überhaupt, das ist auch nochmal wichtig, bevor du überhaupt dir überlegst, woher du deinen Traffic beziehst, musst du eigentlich erstmal eine Zielgruppen-Analyse machen. Du hast das vielleicht schon mal gesehen, ein Kunden-Avatar oder aber auch eine Bayer-Persona. Da gibt es zum Beispiel ein Konzept, die Dream 100. Und bevor wir in die Dream 100 reingehen, will ich dir einmal ganz kurz erklären, was der Unterschied zwischen einer Bayer-Persona und einer Zielgruppe ist. Also, der Unterschied zwischen einer Zielgruppe und einer Bayer-Persona. Eine Zielgruppe ist eine statistische Definition der Gruppe. Also, dort geht es um messbare Merkmale, wie zum Beispiel Alter, Demografie, Einkommen, Bildungsstand, welche Blogs besucht die Person, welche Social-Media-Kanäle, ja, besucht eine bestimmte Gruppe. Und diese ganzen Infos benötigst du, um zum Beispiel Werbung zu schalten. Das ist quasi eine Gruppe, die du definierst. Um am Ende diese durch bezahlte Werbung zu erreichen. Das ist deine Zielgruppe. Das musst du aber auch wissen erstmal, bevor du dich überhaupt um den Traffic kümmerst, indem du dann auch entscheidest, welchen Social-Media-Kanal wählst und welche Art von Traffic benutzt du überhaupt. Und da kommen wir nämlich jetzt auch nochmal darauf, warum du zum Beispiel auch eine Bayer-Persona brauchst. Ist nämlich auch für die Entscheidung, welchen Social-Media-Kanal oder welche Traffic-Strategie nutzt du denn. Weil du musst auch dort definierst nämlich tiefer, Wer ist dein idealer Traumkunde? Ja, die menschliche Seite. Also welche Bedürfnisse hat die Person? Welche Probleme hat die Person? Welche Wünsche hat die Person? Wie möchte die Person diese Wünsche lösen? Du versuchst hier auf die emotionale Beziehung zu gehen. Und hier willst du den Hintergrund verstehen, welche Trigger du auch nutzen kannst, um zu entscheiden, was für eine Geschichte könntest du verwenden, um hier zu verkaufen. Also um quasi auf der emotionalen Ebene eine Verbindung zu deinem Kunden herzustellen. Weil es ist ein großer Unterschied auch, ob du jetzt zum Beispiel Chefs und CEOs als Kernkunden hast, also B2B, oder ob du B2C bist und dann zum Beispiel einfach im niedrigpreisigeren Segment da bist. Das würde zum Beispiel auch schon einen Unterschied machen, ob du eher den Social-Media-Kanal Facebook oder LinkedIn verwendest. Als nächstes schauen wir uns mal an, wo du ein bisschen recherchieren kannst, auch für deine Zielgruppe, zum Beispiel für deine Landingpages, aber auch für die Überlegung, welchen Content du zur Verfügung stellen möchtest oder welche Produkte du auch entwickeln möchtest. Da kannst du zum Beispiel bei Statista mal schauen. Du hast auch, ohne dass du einen Account hast, zum Beispiel Zugriff auf die Infografien. Also hier gibt es zum Beispiel Infografien und da finde ich, kann man auch schon sehr interessante Dinge lernen. Und zwar nehmen wir mal ein Beispiel. So, ich habe hier zum Beispiel mal ein paar Infografien rausgesucht, die ganz interessant waren, wie zum Beispiel, wie zufrieden Deutsche mit dem Internet sind. Dann fand ich es ganz interessant, Inspirationsquelle, Google und Co. Also auf welchen oder wie sich Menschen über neue Produkte informieren. Das ist ja zum Beispiel auch eine richtig spannende Sache, gerade fürs Thema Traffic. Hier zum Beispiel Suchmaschinen 50%, Freunde und Bekannte 50% und Werbung ist aber auch schon gleich theoretisch Platz 2, wenn es ums Digitale geht. Und bei Suchmaschinen kannst du dann auch schon überlegen, okay, wenn das 50% aller Leute sind, dann weißt du, okay, YouTube, Google, Pinterest, weil das sind alles drei Suchmaschinen. Das wissen einige gar nicht, dass Pinterest eigentlich eine Suchmaschine ist. Dann hatte ich noch, was hatten wir hier noch? So wirkt sich die Pandemie auf Fitness aus. Zum Beispiel solche Sachen, wenn du in der Fitnessindustrie bist, dann sind solche Infos total spannend. Also für die Zielgruppenrecherche, ich habe noch viele weitere Strategien in meinem neuesten Online-Kurs tatsächlich. Wenn du darüber mehr lernen möchtest, schau mal in den zweiten Link in der Videobeschreibung. Da kannst du dir ein Infovideo dazu mal anschauen. Da erkläre ich richtig viel über das Thema Zielgruppenanalyse, Funnel, emotional verkaufen, Sprachmuster, Vorlagen. Da ist richtig viel Content drin. Da kannst du gerne einfach mal vorbeischauen, einfach mal das Infovideo. Da gibt es auch einen kostenlosen Download, ein Geschenk noch für dich. Kannst du dir alles mal absichern. Und wenn du auf meiner VIP-Liste bist, dann bekommst du sowieso mal tolle Bonus-Inhalte. Schauen wir weiter. Nachdem du ein bisschen, also nachdem du Zielgruppenrecherche betrieben hast, zum Thema, dass du dir überlegt hast, in welchem Bereich willst du überhaupt tätig sein. Wir können ja noch mal gucken, wer sind deine Dream 100? Es gibt ja drei Märkte. Es gibt drei Märkte. Drei Märkte. Und zwar einmal haben wir Fitness und Gesundheit. Dann haben wir Dating und Beziehungen. Und dann haben wir noch Finanzen. Wie zum Beispiel auch Geld verdienen. Nachdem du weißt, in welchen der Märkte sich deine Zielgruppe befindet, überlegst du dir, wer sind die Dream 100? Das ist ein Konzept von Russell Brunson. Soweit ich weiß, ist es von Russell Brunson. Kann auch sein, dass er das woanders her hat. Aber die Strategie sieht eigentlich wie folgt aus. Weil was bringt dir erstmal überhaupt Traffic? Und danach schauen wir uns auch nochmal Funnel-Strategien an. Also die Dream 100 ist quasi ein Konzept, in dem du überlegst, okay, auf den Kanälen, weil nachdem du ja dir auch ein bisschen Gedanken über die Beine Persona gemacht hast, weißt du ja auch, auf welchen Kanälen sich deine Zielgruppe aufhält. Jetzt musst du dir andersherum überlegen, wer sind eigentlich die Leute, also wer sind die Kanäle, Unternehmen, Personen, die schon deine Zielgruppen, also die schon Zielgruppenbesitz haben. Also zum Beispiel Podcast. Wer aus deiner Nische hat bereits Zugriff auf diese Leute und wie kannst du dort reinkommen? Da gibt es jetzt zwei Strategien, dass du diese, ja, dass du diese kostenlos nutzen kannst, diesen Traffic, der ja bereits da ist. Du kannst dir entweder, kannst du ja einen eigenen Podcast aufbauen und dann wachsen und dich verbinden mit anderen Podcastern, um dann in denen, deren Folgen zu kommen. Dann kommst du in deren Folgen und das weitere Ziel ist tatsächlich, dass du davon profitierst, von deren Reichweite. Also natürlich musst du auch Mehrwert für die Person geben, indem du natürlich, ja, da selber auch irgendwie was zurückgeben kannst. Also wenn du zum Beispiel aber ein eigenes Produkt hast und derjenige, der einen Podcast macht, ist zum Beispiel auch Affiliate, den kannst du ja einen Affiliate-Link oder einen Deal anbieten oder was auch immer. Oder ihr seid beide in ähnlichen Positionen, dass ihr da auf jeden Fall voneinander profitieren könnt, dann könnt ihr auf jeden Fall so weit was zusammen machen. Und du machst dir einfach eine Liste von 100 Leuten in den kompletten Nischen auf den unterschiedlichen Kanälen, wo du rein möchtest. Und die arbeitest du ab. Und dein Ziel ist es aber am Ende, den Traffic in Traffic zu verwandeln, der dir gehört. Also zum Beispiel deine E-Mail-Liste. Ja, so. Und da hast du natürlich deine Opt-in-Seite. Und das schauen wir uns dann später in den Funnel-Strategien nochmal an, wie du dann davon tatsächlich richtig profitierst. So. Und das Gute ist tatsächlich, du kannst auch das natürlich auch bei YouTube machen, zum Beispiel Interviews. Und da gibt es aber dann auch noch das Konzept dem Halo-Effekt. Wenn du noch nicht so groß bist, du es aber schaffst, mit größeren Leuten in Verbindung zu kommen, hat das für dich auch noch einen Halo-Effekt. Das besagt einfach, dass du quasi ein bisschen von dem Schein der Bekanntheit einer anderen Person profitierst. Das ist die Dream 100-Strategie. So hast du auch auf diese Weise, das ist natürlich viel mit Arbeit auch verbunden, aber organisch, die Möglichkeit, an Trafficker ranzukommen, um deine Liste zu erweitern und quasi Zielgruppenbesitz aufzubauen. Was passiert jetzt, nachdem du eine E-Mail hast? Wir können ja mal so ein Beispiel durchgehen. Also wir haben jetzt hier einmal an einem Funnel. Also es gibt viele, es gibt viele, viele verschiedene Strategien. Ich möchte jetzt mal eine relativ einfache vorstellen, und zwar den Lead-Magneten-Funnel für ein eigenes Produkt zum Beispiel. Du hast jetzt hier den Traffic. Hier ist der Traffic, ja. Das hier ist der Traffic. Und wir hatten ja gesagt, nachdem wir jetzt zum Beispiel hier die Podcast-Cooperation hatten, Kooperation, das ist nur eine von vielen Traffic-Strategien, ne. Also in dem, wie gesagt, in der, hier, in Best of Traffic, ja, Link in der Videobeschreibung, hast du noch viel mehr Strategien für nur ein Euro. Das ist der Wahnsinn. Also das solltest du dir auf jeden Fall angucken. Artikel dazu ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Und zwar, genau, also nachdem du den Traffic auf deinen Lead-Magneten hier gelenkt hast, hast du als nächstes die Möglichkeit, natürlich, Zielgruppenbesitz aufzubauen, und per Autoresponder, also ich markiere den mal hier, per Autoresponder, deine Kunden immer, also immer mehr Vertrauen zu deinen Kunden aufzubauen. Als nächstes kommt zum Beispiel ein erster kleiner Upsell, das wäre der Tripwire. Den kannst du in einem Bereich zwischen 7 bis 17 Euro ansiedeln und auch Stück für Stück auch erweitern. Es gibt zum Beispiel auch Bumper-Upsells, können wir mal ganz kurz gucken, zum Beispiel bei Clickfunnels, Bumper-Upsells ist, wenn du, die haben zum Beispiel ein Free-Book-Funnel, und in dem Free-Book-Funnel geht es darum, dass ein kostenloses Buch angeboten wird und plus Versandgebühren, aber es ist dann unten, wird dann hier noch, kann man da draufklicken und dann gibt es dann noch einen Zusatz, Bumper-Upsell nennt man sowas, und dadurch verdienen die dann nochmal zusätzlich Geld oder reinvestieren meistens auf die Werbeausgaben, indem man sich dann noch zusätzlich was sichern kann. Das Tripwire nennt man auch Stolperdraht ist quasi so das erste Produkt im Funnel. Dann kannst du verschiedenste Mails raussenden und ja, das immer, immer, immer erweitern und das Ganze natürlich auch vollautomatisieren. Heutzutage geht das natürlich alles, weil es solche Anbieter wie Digistore24 gibt, es gibt Mitgliederbereiche, es lässt sich alles über API-Schnittstellen miteinander verbinden, sodass du eigentlich am Ende, wenn du alles aufgebaut hast, das Wichtigste nur noch dieser Bereich hier ist. Traffic, 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 Traffic. Und das Ding ist, warum ist überhaupt dieser Kurs für dich interessant oder warum ist überhaupt Traffic total wichtig, vor allem organisch, weil Ads, also Werbe-Ads, werden leider immer teurer und es werden noch immer mehr Werbekonten gesperrt, das heißt, es ist aber auch immer wichtiger, neben Traffic, vor allem aber hier richtig stark die Conversion zu erhöhen. Und wie du die Conversion erhöhst, ich beschäftige mich, wie du vielleicht jetzt schon mitbekommst, das würden vielleicht gar nicht so viele erwarten, aber ich lese wahnsinnig viel darüber, ich teste wahnsinnig vieles im Hintergrund, ich split teste richtig viel, ich lerne richtig viel zum Thema Copywriting, wie man verkauft, weil ich von Anfang an wusste, dass Ads nichts für mich sind, war mir klar, dass ich richtig dolle lernen muss, wie man die Conversion erhöht. Und wenn du lernen möchtest, wie du die Conversion erhöhst, dann schau dir mein Infovideo in der Videobeschreibung an. Ich habe nämlich einen Kurs rausgebracht zum Thema Emotional Sales. Ich habe vielleicht schon einen oder anderen mitbekommen und da gehe ich richtig tief gründig in diese ganze Thematik ein, Funnels, Recherche, psychologische Hintergründe, was Hormone mit Verkauf zu tun haben, wie du eine Sales Page aufbauen musst von emotionalen Triggern über Logik, über weitere Verkaufstrigger, wie überhaupt Emotionen entstehen, wie die für den Verkauf relevant sind, welche Text, Sprachmuster und Fragen du verwenden kannst, um gut zu verkaufen. Weil ich habe ja einen Blog und ich habe auch YouTube Videos und ich verkaufe ja als Affiliate sehr viele Produkte. Das heißt, ich habe so viele Produkte bereits verkauft von anderen und so viele neue Copies quasi geschrieben, weil das ist was ganz anderes, ob du jetzt drei, vier eigene Produkte hast und deine Copies schreibst oder du schreibst für hunderte verschiedene Produkte Verkaufskopies. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel darüber gelernt und ich kann dir das nur empfehlen. In der Videobeschreibung findest du, also im zweiten Link in der Videobeschreibung findest du mein Infovideo und du kriegst auch noch ein Geschenk dazu. Also, wenn dir dieses Video auch gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da, sichere dir für einen Euro, das ist ein absoluter No-Brainer. Schau auf meinem Blog auch mal vorbei für alle Produktthemen und wenn du solche Videos nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und lass ein Like da, weil ich werde jetzt viele Videos machen. Ich habe mir nämlich jetzt ein iPad gekauft mit einem Stift, wie du schon gesehen hast und so macht mir tatsächlich das Tutorials aufnehmen. Wahnsinnig viel Spaß und deswegen wird es auch viele eigene Tutorials und Inhalte jetzt bald geben. Bleib mal sehr gespannt, da kommt richtig, 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 richtig viel Content jetzt. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.